Ja, Cimex hat mit Scheiße einen Passanten beworfen. Können wir uns reinziehen. So viel Kraft und Arbeit einfach rein investiert in den ganzen Umzug. Weil auswandern in ein anderes Land ist gar nicht so einfach. Man muss so viel Papierkram und alles regeln. Allein schon wegen dem Umzug. Wir haben über 30 Umzugskartons gehabt. Durch mal alles ist komplett leer. So hier oben war natürlich nicht so viel. Aber zum Beispiel hier unten meine Gaming-Ecke ist komplett weg. Hier unten auch. Hallo Bibi, saugam ich da. Warte mal, was? Gaming-Ecke war da unten? Zum Beispiel hier unten meine Gaming-Ecke. Was ist das, was ist eine Gaming-Ecke hier? Ist das ein Wohnbereich, oder? Gaming-Ecke ist komplett weg. Hier unten auch. Hallo Bibi, saugam ich da. Natürlich, der kommt mit. Der ist so groß geworden. Wir müssen euch gleich mal die Tasche zeigen, wo Taro rein muss. Also Leute, hier. Seht ihr den größten Unterschied? Hier muss Taro rein, damit er mitfliegen kann. Okay Leute, wir sind jetzt am Flughafen. Taro ist auch am Start. Elli sowieso. Ey, der Flughafen ist so leer. Und wir haben ein bisschen... Also ich hab... Also ich finde, das ist auch ein gewagter Schritt, auszuwandern mit seiner Freundin, die man gerade mal seit... Wie lange sind die schon zusammen? Seit vier Monaten? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wo haben die ihr Video zusammen gemacht? Ja, hier ging es nicht um die Freundin. Dann ging es auf einmal los mit der Freundin. Also die kennen sich gerade mal drei Monate. Hier, meine Freundin spielt Fortnite zum ersten Mal. Oder gab es noch davor ein Video? Nee. Und dann nur noch irgendwas mit seiner Freundin. Ist ja wirklich nur noch aufgebaut auf seine Freundin. Man muss halt auch einfach sagen, ist halt auch sehr stabil. Die sind drei Monate zusammen und ziehen einfach... Oder wandern einfach aus. Also da muss auf jeden Fall... Da muss auf jeden Fall stabil in der Beziehung laufen. Ich hole die Sorgen, weil es gibt irgendwie so einen PCR-Corona-Test. Na, der laber nur Müll. Ich laber nur Müll. Es gibt so einen PCR-Corona-Test. Und dann gibt es so einen Schnelltest. Und die Frau, wo wir das Checking gemacht haben, weil wir mussten halt Taro, den Ehrenbruder, nochmal separat einchecken lassen. Ey, diese Treppen, ich liebe es einfach. Wisst ihr, das ist das Geilste, was es an Flughäfen gibt. Einfach hier so auf chillig. Warte. Ich hoffe, die Kern fällt jetzt nicht runter. Die Kamera runterfällt. Ja, dann war es das komplett. Leute, wir haben extra... Hör, Alena. Für 3K eine Kamera mit richtig geilem Stativ und allem und... Ja, mit 3K eine Kamera mit richtig krassem Stativ und allem. Er ist einfach nicht fokussiert, ja. Also passender kannst du eigentlich nicht sagen, dass du eine Kamera für 3K dir geholt hast. Ich habe hier allgemein Objektiv-Mikrofon geholt. Die Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall im Flugzeug. Taro ist auch am Start. Film mal raus, dass man es sieht. Ich hoffe, man hat es gesehen. Wir werden auf jeden Fall auch Film-WB abheben. Sie ist eh schon komplett abgehoben. Warum gucke ich es mir eigentlich an? Warum habt ihr gesagt, ich soll mir die Scheiße angucken? Holger! Warum hackt mich ab? Klar, darf ich zeigen, ich wollte was abgeben. Taro? 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 Taro ist aus. Ey, der Arme. Jetzt mal, ich weiß nicht, verkraften das Hunde so easy, so eine Reise? Ich meine, da ist ja auch dieser Druck in den Ohren. Also ich habe, ich war noch nie, ich bin noch nie geflogen, ne. Ich habe davon keine Ahnung. Aber ist das nicht für Hunde schwierig? Ich kenne mich nicht damit aus, dass das, also ich habe das noch nie gesehen, dass Tiere in einem Flugzeug mitfliegen. Noch nie, ja, ich bin noch nie geflogen. Es ist so. Safe, eine Wauspieler, so ein Prank. Wahrscheinlich. Ja, Safe, die haben doch auch... Ja, aber geht okay. Ich finde es gar nicht lustig. Okay, Leute, wie man unschwer erkennen kann, Elli und ich sind endlich angekommen. Zwei Stunden Flug, ging eigentlich voll klar. Wir hatten einen Sitz quasi frei neben uns. Also es sind ja mal so Dreiersitz rein. Und dann hat sich Elli ein bisschen auf meinen Schoß gelegt und hat ein bisschen geschlafen. Ich bin so, Mensch, ich kann nicht so schnell einschlafen. Noch eine kleine Story. Ihr müsst euch vorstellen, man braucht so einen Negativ-Corona-Test und keinen Schnelltest, sondern irgendwie so einen CPR-Test. Elli und ich wussten das halt nicht. Und wir haben extra zwei Tests gemacht, weil der halt nicht älter als 72 Stunden sein darf. Aber wir haben diesen Schnelltest gemacht und keinen CPR-Test. Und dann... Ey, ist das CPR oder PCR? Das heißt doch PCR, oder? CPR gibt's auch. CPM, ja, ich glaube, da denkt zu viel an CPM. Das heißt PCR, ne? Ich wollte gerade auch sagen, okay. Hat schon die Frau beim Check-In gesagt, ja, ich hoffe, ihr habt einen CPR-Test und keinen Schnelltest und nicht schon so... Ey, der sagt die ganze Zeit ein CPR, ich weiß nicht, das triggert. So Elli, ey, wenn wir wirklich deswegen nicht fliegen dürfen, war es das komplett. Ich weine und alles, so. Und dann einfach so viele Leute wurden kontrolliert und so wegen den Tests und allem. Die wurden weggeschickt? Genau, und wurden weggeschickt. Locker drei, vier Leute konnten nicht mitfliegen. Ich hatte schon so komplett Stress. Ich so, okay, wir können jetzt nicht mitfliegen, wir haben keinen CPR-Test und so. Auf einmal wurden wir aufgerufen? Ja, dann wurden wir aufgerufen, aber nicht von der Frau, die so streng war, sondern von dem Mann, der da stand. Und die Leute durchgelassen? Genau, die Leute durchgelassen. Ey, diese, wirklich, das regt mich jetzt schon seit vier Monaten, seitdem hier, oder drei Monaten, seitdem wir sehr exzessiv diese Videos uns reinziehen, regt mich das immer wieder auf, dass diese Freundin dermaßen oft dazwischen labert, dass ich irgendwann kotzen werde, wenn ich diese Scheiße mir noch weiter reinziehe. Meine Fresse, wie kann man denn so oft immer wieder dazwischen reden? Ey, ich meine, guck dich das mal an, als ob es ihr Kanal ist. Streng war, sondern von dem Mann, der da stand. Und die Leute durchgelassen hat. Genau, die Leute durchgelassen hat. Genau, und dann meinte er so, ja. Lass den doch einfach reden, Mann. Wo steht bei euch CPR drauf? Wir so, ja, wir haben den gestern gemacht und so. Und er hat uns auf korrekt durchgelassen. Nina hat es nicht geübt bei der Frau. Die hat uns straight weggeschickt, weil die übel streng war. Ey, und sowas nenne ich einfach so viel Glück. Vor allem, wie kann man, das war einfach Schicksal. Ja, das stimmt. Das war einfach Schicksal so. Wir hatten in den letzten Monaten so viel Pech. Und da hatten wir jetzt einfach einmal Glück. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber wir wohnen in Barcelona. Waaaaaah! Auf jeden Fall sind wir jetzt in unserem Haus. Okay, es ist ein Haus. Es ist keine Wohnung. Du kannst ja ganz bisschen leaken so. Ich lege gar nichts. Mach von hier. Nein, morgen kommt die Haustour. Ach so, stimmt. Ja, habe ich voll vergessen. Deswegen, Leute, wie gesagt, morgen Haustour. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um es nicht zu verpassen. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Wir werden einfach daily unsere Tage hier in Barcelona in Spanien filmen. Ich war tatsächlich schon mal in Barcelona. Da ist ja, glaube ich, vor kurzem war da erst irgendwas passiert, ne? In Barcelona. Da ist noch wieder irgendwas abgefackelt. Ich dachte, da wurde mit einem Molotow-Cocktail auf den Polizeiwagen geworfen. Ja, also Barcelona läuft momentan mega gut, seitdem die dort sind. Ich möchte euch so einen kleinen Sneak-Peak vom Garten geben. Also hier ist quasi so unsere Terrasse im Erdgeschoss, dass ihr wisst, so... Das ist einfach nur geisteskrank. Wir gehen jetzt erstmal in die Innenstadt, schauen uns alles an. Ich werde ein bisschen für euch... Kauft sich vor allem ein Haus in Barcelona. Ich finde wirklich, Barcelona ist zwar alles schön und gut, aber das ist so viel alles. Also ich persönlich, ne, muss jetzt mal wirklich sagen, wie ich es mir vorstelle, wenn ich mir ein Haus kaufe. Ich möchte mir ein Haus kaufen, nicht in der Stadt. Einfach so ein bisschen abgelegen, wo man seine Ruhe hat. Irgendwie, also ich bin null... Also ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich persönlich würde mir, wenn dann, was kaufen, was ein bisschen abgelegen ist. Wo man seine Ruhe hat, wo man einen Garten hat, wo man, was weiß ich, auch einen Pool hat. Ich weiß, keine Ahnung. Da kann es dir so viel mehr ermöglichen. Ich finde, in einer Stadt oder auch in einer Großstadt, könnte ich es mir echt nicht vorstellen. Liegt aber auch daran, ich bin ein Dorfkind. Ne, muss man auch nochmal so sehen. Wir gehen einkaufen, erster Einkauf in Barcelona. Ihr seid live, the boy. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Wir nehmen das... Nein. Okay, Leute, wir sind jetzt unterwegs in den Streets. Also in Barcelona hätte mich übrigens mal auf der La Rambla, ne. Das ist so die bekannteste Shopping Mall in Barcelona. Äh, das ist auch... Die ist ja nicht mal so extrem lang, aber da sind sauviele Leute. Da ist mal so ein Transporter vorbeigefahren. Oder so übel schnell langgefahren. Ich wollte gerade über die Straße gehen oder über diesen Weg gehen. Die war ungefähr so eng wie der Weg, ne. Wollte ich rübergehen. Alter, das Ding hätte mich fast erwischt, ne. Bestimmt mit 70 durchgefahren auf dieser Shopping Mall, obwohl das absolut nicht geht, mit 70 durchdank zu fahren. Ich sag's mal so, das Ding ist so nah an mir vorbeigefahren. Ich hätte fast meinen Kopf verloren, ja. Also Barcelona hätte mir fast das Leben gekostet. Stabil, ja. Das ist gute Erfahrungen drin. Gebt euch mal die Straßen hier. Die sehen so schön aus. Es ist alles hier so schön. Das einzig Nervige ist, auf der Straße so Maskenpflicht. Aber das ist sowieso nur zu eigener Sicherheit. Ja, deswegen, das juckt mich nicht. Solange man in die Läden shoppen gehen kann und so, die ganzen Sachen. Es ist einfach so cool, es ist so cool. Und ich bin so glücklich. Ich bin jetzt hier nach links. Leute, wie gesagt. Große Einkauf machen, wir nehmen euch mit. Oh, warte mal. Nice to take this. Ich bin nervs. In dem Fall wollte ich einfach sagen, alles erreicht. Leben durchgespielt. Was auch mir aufgefallen ist, der Verkehr hier mitten in der Innenstadt. Der ist so crazy. Der ist zu crazy. Jeder fährt wie er will. Ja, jeder fährt wie er will. Jeder fährt so schnell wie er will. So. Das ist auch wieder so ein Grund, warum ich nicht nach Barcelona wollte. Wenn das so extrem voll ist und so und dann fahren übel viele Autos. Oh, kein Bock, Mann. Zina Madeira, alles gut. Das ist so cool, das ist auch so cool. Alles einfach so cool. Joga, steig fahren. Das ist das erste Mal einkaufen. Wir haben die Cam aufgestellt. Sehr gut. Die Leute sind hier sogar so cool. Die beschweren sich nicht, wenn du filmst. Ja, der hat gesagt, richtig cool. Für Fortnite. Für, für Fortnite. Schau. Für Fortnite. Leute, geht vorbei. Ich bin wieder Todes-Cringe. Aber für Fortnite. Ja. Für, nein. Schau mal, das Eau de Toilette. Fortnite Spray. Und Fortnite Maps. Das ist unangenehm. Lass uns irgendwann mal holen. So Zeug und dann verlogen. Ja, ich hol's jetzt. Auf Cringe-Basis. Für Fortnite. Wir haben einen Riesen einkaufen. Warte, ja. Lass mich noch anschauen. Können wir bitte weitermachen? Ja, okay, aber für... Ich finde wirklich, er verdient zu viel. Ich krieg grad Gänsehaut, weil der verdient zu viel. Das ist unangenehm. Kann nicht sein, dass er so viel verdient. Fortnite eigentlich nicht. Leute, ich darf's nicht holen. Ja, kannst du schieben? Oder denkst du, nee, egal. Okay, Leute. Straftat wurde schon mal begangen. Einfach Wagen abgezogen. Film mal. Wir haben einen kompletten Große einkauf gemacht. Wir wollten kein Taxi holen. Er fährt jetzt mit dem Wagen nach Hause, oder wie? Das ist jetzt schon cringe. Ja, sicherlich ist das jetzt schon cringe. Aber ich dachte, es wird noch schlimmer. Und dann einfach Wagen abgezogen. Ja, weil die hatten da nur so kleine Tüten. Aber wir zeigen euch den Einkauf, wenn wir zu Hause sind. Okay, ich hab gesagt, ich werd nicht so viel leaken. Trotzdem, hier seht ihr den Haupteingang. Und wir haben einfach den Einkaufswagen abgezogen. Ich weiß nicht, ob man's vorhin so gut gehört hat. Aber so, wir wollten kein Taxi jetzt holen, weil es wär voll der Act gewesen. Ja, außerdem ist unsere Straße momentan gesperrt und da können keine Autos rein. Hey, wie kann man sich denn so widerlich verhalten? Also, mir wär's ja auch peinlich, wenn mich jeder anguckt, weil ich bis nach Hause mit einem Einkaufswagen fahren würde. Zumal das Ding ja jetzt nicht einfach da ist, damit man's mitnehmen kann. Also, nur weil man da vielleicht einen Euro reinsteckt, heißt das nicht, dass dieser Einkaufswagen ein Euro wert ist, ne? So, und deswegen, ich hätte nicht vom Taxi noch irgendwie die Straße rein, die ganzen Sachen oben, die Tüten getragen. Deswegen einfach wie so Chorjuks durch die Innenstadt gegangen mit diesem Einkaufswagen. Jeder hat uns angeschaut, aber mir war's komplett egal. Elli war so am Anfang, nee, lass lieber nicht machen. Am Ende kommt noch Polizei. Dann an der Kreuzung war sogar ein Polizeiauto. Und sie so, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Ich so, nee, nee, lass doch einfach schnell weiter. Sie so, nee, geh zurück um die Ecke. Wir sind so um die Ecke gegangen, Junge. Es war so eine dumme Idee gewesen. Und da hätten die uns aufgehalten und ja. Aber wir sind heil eingekommen, Großenkauf. 200 Euro gezahlt. In Deutschland hätten wir dafür in einem Edeka oder Rewe 400, ungefähr 500 Euro gezahlt. Hier sind die Lebensmittel voll billig. Und ich bin auch gespannt, wie sie schmecken. Sam. Aber die werden bestimmt... Ich bin auch gespannt, wie die schmecken, Alter. Oh, die Bucke, oder mal wieder mal schöne Schnecken, ja. Das kostet alles, sondern die Lebensmittel ein bisschen günstiger. Voll gut schmecken. Und jetzt räumen wir erstmal alles ein. Wir einen Kühlschrank hatten, der nur so groß war. Jetzt haben wir einfach Gefrierschrank und Kühlschrank. Mehr will ich nicht lieben, aber hier Gefrierschrank. Das ist so viel für uns. Und hier Kühlschrank, der muss sauber gemacht werden. Aber ich räume die Sachen trotzdem jetzt schon ein, weil... Der muss sauber gemacht werden, aber ich räume die Sachen trotzdem schon mal ein. Also, was ist das für eine... Also, nimmst du mal bitte nicht übel. Wer geht denn einkaufen, obwohl man weiß, dass der Kühlschrank noch verdreckt ist? Es kommen erst morgen unsere Sachen an, morgen in der Nacht. Und wir können die Sachen... Das ist so unangenehm. Auch aus was für einer Perspektive die Filme. Die haben auf jeden Fall genau diesen Punkt zur Ästhetik getroffen in solchen Videos. Muss ich sagen. Also, richtig angenehm so von... Also, der Kühlschrank hat es noch ein bisschen verdreckt. Aber die Lebensmittel räume ich jetzt trotzdem schon mal ein. Das ist mir jetzt aber egal, muss ich ehrlich sagen. Die Sachen nicht draußen lassen und wenn unsere Putz-Sachen morgen ankommen, dann räumen wir den Kühlschrank aus, machen ihn sauber und räumen ihn wieder ein. Und schreibt mal in die Kommentare, wie schön sie ist. Auf jeden Fall, die Straßen... Reizt in die Kommentare, komm, seid ehrlich. Die Straßen hier sind so schön, Mann. Ich kann mich manchmal nicht entscheiden, ob die Straßen schöner sind oder sie. Aber dann gehe ich doch eher auf die Straßen, wenn ich das hier sehe. Auf jeden Fall, gebt euch mal, wie breit das ist. So, Taro, Ellie, geile Qualität. Weil wir haben viel Geld investiert. Ey, ich weiß nicht, was er sich da für eine Kamera geholt hat. Aber die Kamera hat auf jeden Fall keinen Stabilisator. Ne, aber wirklich, so eine geile Qualität auf meinem... Der hat 3.000 Euro für die Kamera bezahlt, damit dann diese Kamera komplett wackelt. Was ist los bei ihm? 3.000 Euro für die Kamera. Ich weiß nicht, ob der einen Stabilisator in seiner Kamera hat. Aber wenn der das auch ausgemacht hat oder so, oder wenn er generell keinen drin hat, dann hat er ein großes Problem hier, ja. Kanal, ich glaube, das ist niemand gewöhnt. Und ey, egal um welche Uhrzeit... Hier ist immer so viel los, auch während der Corona-Phase. Es trägt halt hier öffentlich, oder auf der Straße, sag ich mal, auch jeder eine Maske, oder? Ja, hier ist letztlich schon mal... Allgemein, hier ist... Aui, Leute, ihr seid leicht dabei. Taro, verdammt nochmal, mach es. Verdammt nochmal, mach es. Und wie sieht die Wurst aus? Zeig das Würstchen. Es ist flüssig. Es ist flüssig. Es ist absolut... Flatterschiss. Erfels trägt das spanische Essen, ey. Leute, das Ding ist, wir hatten kein Hundefutter dabei. Wir haben ihm nur so Nassfutter gegeben, was wir im Laden bekommen haben. Und... Er will gar nicht aufhören. Ja, Feini bist so ein Feini. Eww. Was sagen Sie dazu? Das war Taro's erster offizieller Schiss auf der Straße in Basso. Also ihr müsst euch... Also jetzt überlegt euch mal. Der Hund scheißt dort auf... Der lobt gerade noch die Straßen und die Wege, wie ordentlich die aussehen. Dann lässt er den Hund auf diesen Weg, mitten auf dem Weg scheißen. Die Scheiße ist flüssig. Die hebt das auf. Natürlich ist da noch Scheiße am Boden, ja. Natürlich verschmiert's. Okay, das erstmal dazu. Jetzt wird es eingebeutelt. Immerhin, die haben es nicht liegen gelassen, aber es wird gleich noch schlimmer. Barcelona. Weil das habe ich jetzt auch... Also ich kenne es ab dem Zeitpunkt, wo dann die Scheiße weggeschmissen wird. Oder wie dein Dad sagt, Barcelona. Okay, das schmeiß mal weg. Ich fasse es nicht an. Jetzt auf einmal. Nimm's in die Tat. Hier, guckt euch das doch mal an. Guckt euch mal an. Warte, warte, warte. Achtung. Ich fasse es nicht an. Hier, guckt euch das an. Die halbe Scheiße liegt doch da. Was ist los mit denen? Da brauchst du es doch nicht wegmachen, wenn die Scheiße eh noch am Boden klebt. Jetzt auf einmal. Nimm's in die Tasche und dann nehmen wir's mit nach Hause. Was? Ja, hä? Wir müssen doch... Nein, das ist... Das ist die erste Kacke von Taro. Die müssen wir doch sammeln. In Barcelona. Wieso machst du das? Nein, nimm doch mit jetzt. Wo ist das? Nein, das ist... Das ist die erste Kacke von Taro. Willst du die nach Hause aufhängen? Nein, du bekommst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Auf ein Auto. Komm, wir werfen... Wir laufen weg. Elli! Hilfst du? Ich schwör, ich hab getoffen. Ja! Er hat gerade den Scheiße-Beutel... Er hat gerade den Scheiße-Beutel... Feck, Elli! Hilfst du? Durch den Sand, das ist der Scheiße-Beutel. Der hat den Scheiße-Beutel... ...auf den Fahrradfahrer geworfen. Sieht man den hier? Aber gute 3000 Euro Kamera, ja? Die fängt auf jeden Fall die Bilder extrem scharf ein. Äh, ich bin wirklich... Ich bin ein bisschen entsetzt. Wie kann man denn... Wie kann man denn so hart quasi sozial am ersten Tag sein, wenn man dort in Barcelona ist? Ich schwör, ich hab getoffen. Ja! Gleiche gedacht. Leute, wir haben gerade an das Gleiche gedacht. Sie wollte gerade die Musikbox rausholen. Und er sagt so, mach mal Musik an. Genau. Und dann, ich hau so. Oh, ist das so dieses asoziale... Oh, ich laufe jetzt mit lauter Musik durch die Stadt. Sind das solche Menschen, die so... Also, ich finde das wirklich, das ist unfassbar unangenehm. Ich merke es noch immer wieder hier. Wenn ich hier, äh, zu Hause bin und ich mache das Fenster auf und irgendjemand geht draußen mit einer Lautmusikbox rum, denke ich mir so... Also, du hast die neue Stufe von Asozialität mal wieder erreicht, ja. Ganz unangenehm. Gegen diesen Baum. Und dann auf einmal... Orangenfall drunter. Wisst du, wie geil das ist? Alter, einfach in Spanien. Du haust gegen einen Baum. Einfach morgen Orangensaft machen. Oh, da kommt Brüchte da rum. Orangensaft. Turnup. Einfach Orangensaft. Ey, wie cool. Heute jetzt mal for real. Es ist so cool. Barcelona ist so cool. Gebt euch mal einfach so viele... Junge, die Kamera ist... Also, ich finde die Kamera, jetzt mal ehrlich, für 3000 Euro, ich würde schon sagen, die hat sich gelohnt. Guckt mal, wie gestochen scharf diese Bilder einfängt. Es ist so cool. Barcelona ist so cool. Gebt euch mal einfach so viele... Orangensaft. Alter, 3000 Euro. Orangensaft. Turnup. Einfach Orangensaft. Okay, Leute, wir haben jetzt Dienstag, den 2. März. Die erste Nacht war an sich richtig nice. Nur das Madige war halt, Ausgangssperre ist hier um 22 Uhr in Spanien. Und die Restaurants haben auch nicht so lange offen. Wir wollten dann noch spontan zu Maggie gehen, aber haben wir dann doch nicht gemacht. Falls ihr weiterhin tägliche Vlogs sehen wollt, dann sprengt auf jeden Fall den Like-Button. Es macht mir so Bock, die Vlogs zu drehen. Vor allem der erste jetzt hier. Ich bin normalerweise Fortnite-Youtuber gewesen. Und jetzt einfach Real-Life-Content. So crazy. Elli ist natürlich auch am Start. Sie macht gerade Frühstück. Also, wir sind gerade in der Küche. Aber wir können es nicht... Was hat denn YouTube gemacht, dass man Video liken und disliken kann? Es ist ja immer noch so. Das ist kein Bug, Leute. Gestern dachten wir noch, das ist ein Bug. Aber man kann wirklich Videos liken und disliken. Was ist das für eine Scheiße? Und wer das liked, der ist sowieso geistig komplett zurückgeblieben. Was ist hier los? Morgen kommt die Room... Nee, Haustour. Ah, Mann! Ja, aber wir sagen auch immer noch Roomtour, Wohnungstour. Auf jeden Fall, morgen kommt die Haustour, wenn dieses Video 25.000 Likes bekommt. Falls ihr nur auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Wir haben noch hier unseren... Bitte lass es nicht 25.000 Likes erreichen. Ey, wirklich, dass sowas geliked wird, das ist... Ich finde, das ist schon eine Schande irgendwo. Das auf dem Fahrrad war ich. Du hast mich mit der Scheiße getroffen. Das gibt eine Anzeige, mein Freund. Cringe, das ist einfach Cringe, wenn die Leute mit Kacke bewerfen. Also, man denkt, das ist halt ein Spaß, was die reinschreiben. Aber der hat halt wirklich die Leute mit Kacke abgeworfen. Also, das ist halt... Wie komisch ist das aber auch, Menschen mit Kacke zu bewerfen? Es wäre nur gerecht, wenn jemand an seine Tür Scheiße schmeißen würde. Nee, nicht an seine Tür. Ins Gesicht oder sowas. Die Menschen hier sind so freundlich. Auch Cimex wirft Menschen mit Scheiße ab. Niemand, wirklich niemand Cimex bewirft Leute mit Scheiße. Die Content Offensive Straftaten in einem neuen Land. Aber bitte liken für noch mehr Offensive oder die Banane wird Hundescheiße ab. Also, das ist wirklich der Todescrunch. Also, wirklich... Man kann es teilweise echt nicht fassen, was hier gerade eben gezeigt wurde. Auch stabil, by the way. Dass in dem Text steht, Achtung. Hewi, Unge, KuchenTV, Avive, iCrymax, Prank, VVS-Klan. Wo in aller Welt hat auch Trimax oder Standardskill etwas mit diesem Video hier zu tun? Wo? Sag es mir. In was für einer Welt hat das irgendwo mit dem Video zu tun? Ich werde jetzt mal kurz aufs Glocke gehen. Ich muss nämlich mal pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Aber ich bin auch im gleichen Moment sehr entsetzt, muss ich ehrlich sagen. Und daher...